Ja, Hi liebe Fans! Ich grüße euch! Servus Fans! Hallo liebe Fans! Hallo liebe Fans! Ah, liebe Fans! Hallo liebe Fans, ich wünsche euch frohe Weihnachten! Hallo liebe Fans, wir wünschen euch frohe Weihnachten! Hi liebe Fans, wir wünschen euch frohe Weihnachten! Wir zwei wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und Tafaki, das rennt ihr? Ja, ich werde Hannes, dem Weihnachtsmann, helfen, die Geschenke auszuteilen und ich hoffe, ihr habt alle ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und wir wünschen euch einen guten Rutsch und auf ein erfolgreiches nächstes Jahr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Wir vom Trainerteam und auch von der ganzen Mannschaft von Red Bull Salzburg wünschen euch frohe und besinnliche und ruhige Weihnachten. Genießt es, haut euch gut den Magen voll, genießt die ruhigen Tage. Mit der Familie ein gutes Essen natürlich. Viele Geschenke natürlich, ich hoffe, dass es richtig drinnen ist. Hoffentlich gibt es viele Geschenke, gute Geschenke und wir sehen uns bald. Wo bist denn eigentlich du zu Weihnachten? Ich bin zuerst bei der Familie natürlich und dann auf Bali. Naja, da bin ich dann auch. Also die Bullen auf Indonesien. So machen wir das. Finde ich gut. Ich verbringe die Weihnachtsfeiertage normalerweise bei meiner Familie in St. Valentin. Aber heuer bin ich mit meinem Freund im Urlaub in Cancun. Also das ist heuer einmal im Sommer quasi oder unter hohen Temperaturen Weihnachten. Das ist ganz besonders für mich. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich werde die Zeit mit meiner Familie diesmal in Salzburg verbringen. Das erste Mal nicht in Deutschland. Meine Familie, die kommt zu uns. Und ja, wir werden das im schönen kleinen Familienkreis feiern. Auch das erste Mal mit meinem kleinen Sohn zu Hause. Wird absolut toll. Ich feiere dieses Jahr Weihnachten mit meiner Familie in Kroatien. Wir gehen um Mitternacht an Heiligabend in die Kirche. Und am nächsten Tag machen wir dann die Geschenke auf und essen Plätzchen. Ich wünsche jedem Einzelnen von euch ein super schönes frohes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit. Genießt die gemeinsame Zeit mit eurer Familie. Ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ja, viel Spaß. Also genießt die schönen Feiertage. Macht euch ein paar schöne Tage mit der Familie. Und im neuen Jahr starten wir dann wieder hoffentlich durch mit eurer Unterstützung. Und ja, frohes Fest und viel Gesundheit und viel Glück. Macht es gut.